Herzlich Willkommen zu Bibelbegreifen. Mein Name ist Manuel und ich betreibe diesen christlichen Kanal, der sowohl für Suchende als auch für Glaubende Menschen ist. Hier gibt es kurze, präzise Videos zu den folgenden drei Bereichen. Zum einen gibt es bohrende Lebensfragen, Glaubensfragen, die uns Menschen sehr beschäftigen. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es überhaupt Gott? Warum lässt Gott Leid zu? Und wie kommt man eigentlich in den Himmel und vieles mehr? Zu all diesen Lebensfragen gibt es hier klare biblische Antworten. Zum Zweiten gibt es zu allen Bereichen der Theologie, also der biblischen Lehre, Themen und Fragestellungen, die hier verständlich erklärt werden. Also Themen und Fragestellungen über Gott, über den Mensch, über Jesus Christus, über die Prophetie, über die Gemeinde, über das Böse und vieles mehr. Und schließlich gibt es in der Bibel eine Reihe schwer verständlicher Bibelferse, die immer wieder falsch ausgelegt werden. Diese schwer und missverständliche Bibelferse werden hier präzise und unter Beachtung der exegetischen Regeln eindeutig und kristallklar erklärt, um so falsche Lehren zu verhindern. Die Grundlage der Videos ist allein das Wort Gottes, die Bibel. Bibel begreifend gehört zu keiner Kirche, Sekte oder sonstiger Gruppe. Und dieser Kanal ist also wichtig, sowohl für suchende als auch für glaubende Menschen. Abonniere also am besten gleich diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um keins, diese Videos zu verpassen. Euer Manuel Euer Manuel